So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 Not Together. Heute wieder mit dem White Moon 1, White Moon oder wie sag ich sonst immer zu dir, ach ja, Loser. Jedenfalls beim letzten Mal. Ha, 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 hallo. Und aufgrund der Tatsache, dass er verloren hat, hat er gesagt, ey, ich kenn deine ganzen Videos und ich hab gesehen, auf schwierig bist du zwar gut, aber bei sehr schwierig sehe ich meine Chancen. Und deswegen hat er gesagt, er möchte sehr schwierig. Und ihr wisst, bei sehr schwierig ist die Siegesbedingung ein Sieg. Ja, das heißt also, entweder kann er jetzt abräumen und kann sagen, ey, ich mach das jetzt gleich beim ersten Mal, bam, ja, oder aber es wird eine lange Folge und wir werden uns da durchquälen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, Spongebob, bist du auch bereit? Okay, gut. Dann würde ich sagen, legen wir los und werden groß. Oh, hey, hey. Sammler alle 16 Münzen, ähm, ich lass dir den Vortritt. Und dann noch mit den Legs. Ach, ist das schön. Mach doch, nein. Ja, genau, auf den Kopf. Ach, Gott, Gott. Ah, leck mich. Ah, die Legs sind nicht gerade schön. Ah, wo machst du denn? Ah, es wird noch besser. Es wird noch Stachliga. Oh, was ist denn hier los, Mensch? Ich lass ihn, ich lass ihn, ich lass dir den Vortritt. Komm, mach. Mach. Ich, ich guck mir das an. Ich genieße. Ach, du Kacke, was? Hast du schon gesehen? Das müsst ihr ja schon auch in der Träbium so machen, bitte, Scheiß. Verdammt. Ich hab gesehen, was da auf mich zukommt, deswegen. Gott, ja, Gott. Und dann noch mit den Legs, irgendwie. Aber gut, er wollte es so. Das wird qualvoller, Gott, ja. Warum ist er nicht gesprungen? Schweinebacke. Steht einfach, glaube ich, so. Genau so rum. Ich weiß gar nicht, wie viele Münzen haben wir jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich weiß es gar nicht. Das nächste, das nächste ist auch das Spiel. Ich glaube, es sind mehr, weil ich hab noch auf der anderen Seite welche schon gesammelt, ne? Das darfst du nicht vergessen. Eins, zwei, drei, vier. Was mach ich doch? Was mach ich doch? Flieg ruhig runter. Mach ruhig. Ja. Ja, na. Keine drei Minuten, da ist eh vorbei. Sei froh, du musst kein Turnaround mehr machen, was ich schon gemacht habe. Wow, 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 wow. Macht mal euren Fernseher aus. Das ist Gott übel, der Leck. Ich kam nicht mehr raus, wegen dem Leck. Das ist gerade echt übel. Ich hoffe, das passt auch zuerst noch. In einer 100-Mario-Herausforderung oder in einer endlos-Mario-Herausforderung hast du es echt dann schwer damit. Ich weiß, was ich machen muss. Da musst du ein Turnaround trotz alledem machen. Okay. Okay. Ja gut, dann nimm du den rechten Stachel, ich nimm den linken. Ja, da sind mindestens noch drei Münzen, weiß ich, die da noch kommen. Oh, oben drauf. Immer, immer her damit. Immer alles neu ist, genau. Also, da sind drei Münzen. Da musst du ein Wandsprung, Wandsprung, dann Wandsprung mit einem Spin-Jump. Okay, bitte, 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 bitte. Dann nimmst du den Schuss. Den Spin-Jump nicht hundertprozentig ausführen, sondern nur geteilte Ausführungen. Und wie es leckt? Oh mein Gott! Na, ich hab vorhin mal kurz John-Bild gehabt, fast. Ja. Danke. Oh, Alter. Ja, genau. Okay, ich dachte, ich wär schon dran, aber ist in Ordnung. Ach, Gott, 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 das ist lustig. Ja, sowas von lustig. Ich bin nur am Lachen. Ich merk's. Ja, das war's jetzt ja. Okay. Okay, okay, okay. Ist das ein Troll-Level? Was ist denn Zielbedingungen? Oh, sieht nach einem Troll-Level aus. Und das ist wieder lecky. Ne, ich guck mal, was da rein ist. Äh, okay. Ne. Oh, diese Lecks. Vergesse. Was ist, zurückgehen? Kann das sein? Was ist hier los? Hä? Ich will schon spielen in falschen Leben. Wo bist du denn? Ja, wo bist du? Ach, du Schade. Ich bin durch die Tür gegangen. Und dann kommst du durch eine Röhre. Aber in irgendeinem Raum, der... Also, du kommst und weiterkommen. Ich versuch jetzt gerade erst mal hier hochzukommen, wie du auch immer hochgekommen bist, ey. Hä? Wie meinst du, zu hochkommen? Ich bin auch nirgendwo hochgekommen. Ach so, ja, durch die Röhre, meine ich. Finde ich auch gerade. Ja, ja. Ich bin nochmal zurück. Ich dachte, ja, da könnte ich noch irgendwas machen. Ne, aber... War hier ein Schneeball in dem Raum, wo du warst? Ne, ne? Hinter der Röhre? Echt, da war ein Schneeball? Kann sich Schneeball ja nicht mehr annehmen. Oh, Mann. Das verwirklich, gerade echt. Oh, ich hab's geschafft. Ne? Ich bin jetzt schon ein bisschen höher. Krass. Nein. Das ist doch orange. Oh, nee, ne? Mit den Lecks ist das echt schlimm. Ich kann mir schon nicht hochfahren. Es ist wieder so ein Pixel-perfekt. Gott sei Dank. Ich hab's mal geschafft. Ach, du Schande. Nein! Danke. Oh, ist das fies. Wie, wat? Musst du bei dem Eissapfen hoch oder rechts rum hoch? Das hab ich auch noch nicht herausgefunden. Ich würd' aber mal sagen, beim Eissapfen, weißt du so. Ja, beim Eissapfen kommt's ja nicht hoch. Aber was willst du machen? Wie willst du den Power kaputt kriegen? Ja, stimmt. Nein! Oh, Gott, du Gott. Ja, sieh. Ach, bitte. Ich lass mal hochkommen hier. Oh, Mann. Die Legs gerade, das ist übel. Oh, Mann. Das wird eine Folge. Ja. Ja. Oh, Mann. Ja, hier bitte in den Schlüssel. Oh, Mann. Oh, Mann. Mann! Mach dich doch! Ach, komm. Gut, ja, komm, mach, mach, mach. Erstmal die Legs weg haben. Ah, das ist irgendwie heute eine beschissen... Beschissen selbst. Boah! Boah, ey, die Legs, das ist... Kannst du nicht richtig einschätzen. Nee, das ist so was. Dann hängst du mal so ganz kurz im Luft. Oh, fast. Gut. Ah, das zieht... Wenn du lüftest... Du kannst nicht mehr rein. Okay. Das ist wenig. Jetzt noch rüber schauen. Nein! Was machst denn du? Was machst denn du? Ah, der letzte Pixel immer. Jetzt ist er hier. Komm mal her. Nö. Nein. Komm her. Ich will dich hochboxen. Oh, dankeschön. Kein Vorteil. Nee. Hast du keinen Vorteil. Nicht wirklich. Ja. Ich bin drüben. Ich sehe es auch schon keinen Vorteil. Du bist aus meinem Bereich und dadurch kann ich jetzt besser wieder springen. Du bist nicht mehr in meinem Leckbereich. Ah, deswegen. Hallo. Danke. Danke. Böller. Ey, komm. Immer noch elf. Reischt. Ja. Und dümmer. Ach, verdammt. Das mache ich nicht. Ah, Mann. Ich will auch mal in die Ecke. Nein, ich will nicht in die Ecke. Du bist ja auch nicht darfst. Nein. Danke. Oh, mein Gott. Muss man jetzt mit dem Ball da hoch, oder was? Nö, musst du nicht. Oh, mein Gott. Ich habe Angst, es leckt so. Sei froh, dass die Kante da unten ist. Ja, kann man froh sein. Was denn hier? Mach, du mal hier. Okay. Nein. Aha, warte. Du darfst nicht zu hoch springen, ne? Das ist das Ding. Nein, das wollte ich nur ganz unberwachen können. Naja, das war's schön. Ne, da ist noch hier viel Luft, glaub mir. Das gelenk dir, das nervt, aber ist das so hart. Äh. Achso, jetzt darf ich da hoch. Oh, nee, ne? Boah. Nein, nein! Oh, komm. Oh, Mann. Ich war so weit. Ja. Ja, ich krieg's nochmal. Toll, jetzt spring ich in das Loch, ne? Ist klar. Oh, nee. Nein, 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 nein. Oh. Scheint, würde es sein. Was ist da hinten? Nee, sprung hier ist echt nicht. Nee, es ist nur ein 30er, dafür lohnt sich das nicht. Es geht hier nicht darum, wer die meisten Münzen sammelt. Ach, lass mal, ich krieg das mal. Das ist schon gut, um jetzt mal anzufangen. Du willst das haben, ne? Ich, sprüß. Wenn's dich quält, dann mach's mir schön vor. Ah, da kann ich einfach runterlaufen. Ah, das gibt's ja nicht. Ah. Ah, diese Legs. Ah, ich würd sagen, weil ich jetzt so weit vorne bin, so weit oben bin, bin ich jetzt halt der Sieger. Komm, mach mal ganz einfach. Nee, kannst du vergessen. Hast du denn Cadence of Hyrule gespielt? Hm, was? Nee. Hä? Pff. Dauerhaft, der Pilz. Na, scheiße. Oberos. Musik. Okay. Okay. Belt, ich dachte raus. Nee. Ich habe ihn schon gesehen. Und ab! Nein! Nicht so blöd! Ach du Kabel, was ist das? Nein, warum? Ach, die scheiß Knochen drum. Oh, das sind ein paar viele! Nein! Das ist, weil hier dann so zwei Schalter sind, die dann gleichzeitig schalten. Scheiße. Das ist nichts gewesen, jetzt. Dafür hat sie mich erwischt. Das ist nichts gewesen, jetzt. Dafür hat sie mich erwischt. What? Nein. Alter! Du bist doch ein... Nein, ich will doch gar nicht da runter! Mann! Oh Mann! Danke! Ich will doch nur da durch. Ich will doch nur den einfachen Weg nehmen. Danke! Ein Pips! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Immer wieder der gleiche Fehler! Was ist das? Alter Junge! Ja! So was einfaches, mein Gott! Warum hat sich das jetzt so schnell geschalten? Ja, weil doch jetzt zwei Schalter dann aktiv sind. Ja. Das ist doch so scheiße, wenn da zwei Leute gleichzeitig lang gehen. Ach, das ist mies. Ach, das ist ein... Warst du schon wieder tot? Ja. Kein Wunder, warum das so schnell hin und her ging. Ach. Ich dachte, ich springe ein bisschen früher. Oh, zu früh. Mist. Niemals sind die Knochen trocken weg. Jetzt warte ich, bis du da bist. Dann weiß ich nämlich, wann ich springen muss. Okay, jetzt bist du da. Mann, geh mir von meinem Schädel runter. Ich will schon mal was nicht machen. Oh, geil. Nein! Da wäre mein Sieg! Mit der Feder hätte ich so viel reißen können. Oh, das gibt's nicht. Er hat jetzt so einen Vorsprung. Das gibt's nicht. Ja. Oh, das ist der Punkt. Oh, das ist der Punkt. Ich hasse es wahrscheinlich übst immer heimlich mit lexner Ach du scheiße was erwartest du nach einem checkpoint Alter 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 Okay, darauf geht es weiter mit Schlangenblöcken Boah ist das jetzt so schnell Das hat sich so schnell geschalten Mann Das gibt es nicht Ich kann nicht Ja Scheiß Beagle Wasi Beagle Das war es eh Na das wäre ja Nein Gott, da springe ich doch Ich war gerade schon bei dem Schlangenblöcken Ich war schon so weit und dann springe ich hoch An die Staffel dran Ja moin Ah, hier baue ich mal richtig gut Jaha Na wer nimmt als erstes das Trampolin mit Mal gucken Ich bin ein bisschen zu früh Ich bin ein bisschen zu früh Ja Na mach die zuerst Verdammt Ja, bescheißen Ja, genau Ja Ja Das war unten gewesen Da sieht mir nach machbar aus Aber Ah, zu früh gezuckt Natürlich ist es machbar Natürlich ist es machbar Ich glaube der Sprung ist niedrig Ja 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 Checkpoint Ja Ja Ich wollte gerade wo die roten Blöcke ausmachen Mit diesen Lecks Es ist Hammer Klar Jetzt wo es gerade gut lief Kommt wieder die Lecks Ja Zeitlubensprung Yay Macht Spaß Oder Trampolin nicht richtig springen können Dann in dem Augenblick Weil der Leck da ist Ja der Sprung wäre machbar Alter wie übel ist denn das Das ist gerade übel Ich kann nicht mal den Sprung machen Scheiße Oh, ich mach auch beim Checkpoint Ich will sowas schnell weise Ich wollte in den Weg gehen Dann wollte ich das andere probieren Ah, es kommt wieder rum Warte auch mich mein Pionier, ich komme Oh Ich muss jetzt wo ihr sehen geht Kleinschirm Scheiße Oh Ach ne Na danke Ja, es ist, äh... Das ist so mies. Oh, Mann. Oh ja, okay, okay, okay. Du meinst, du hast den Checkpoint? Nein! So kurz vorm Ziel. Ah, ich... Ich... Scheiß Piranha-Pflanze. Nein! Ich mach immer zu weit drüber und komm in die Piranha-Pflanze an. Ach... Ich... Es ist... Wenn du den Sprung geschafft hast, ist der Rest danach Pippi-Pax. Er hat's geschafft, ich glaub's nicht. Oh... Hä? Ja... Ich muss ja alles machen, was um mich zu kommen. Ich hab's zum Spätereabjahrs. Warum spring ich? Kann ich den Sprung noch hin? Warte. Nee, das ist wohl schnell. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Jetzt? Ah! Ich muss noch mal gucken, wo die ganzen scheiß Trampolinen sind. Ich hab gerade das andere mitgenommen, aber... Na, bitte. Na gut, wenn du immer gucken musst, dann... Oh, verdammt, warum spring ich da rein? Hä? Ich dachte, ich wär Mario. Ja. 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 Ich muss das Ding wegmachen. Oh, man. Das ist genau so glücklich, Spurig. Ey, sowas einfacher ist und dann verkackt. Ne, natürlich. Oh, Mann. Trampolin. Ich war hundertprozentig schon am Ziel, ey. Mann. Oder mindestens am zweiten Checkpoint. Ich sehe ganz viele Resets auf uns zukommen. Team Shell. Oh, nein. Du doch zuerst. Und das auch noch mit diesem scheiß Slacks, ey. Na, wenn's raus, oder? Hm. Ah, verdammt. Weil's hier rüber springen? Wollen sie sprachen Blöcke? Hm, das ist ganz praktisch. Na, na, für dich jetzt. Ja, ne, das nicht. Hm. Aber ich kann das Ganze von vorne aufrollen. Das wird's miesig, schnell. Komm schon mal weg. Komm schon mal weg. Machen wir unsere Spurig. Natürlich, du darfst ja nicht auf dem Boden landen. Ah, Mann. Herzlich willkommen. Das ist Team Shell. Hahaha. Genau, genau. Was mit den Legs? Müssen wir das jetzt so probieren. Ach so. Jetzt bin ich ja Mario. Ja, bin jetzt weit gelaufen. Ich mach dir mal hier ein paar Wege frei, ne? Ja. Oh, danke. Ja, du musst dann die nächsten frei machen. Von denen ist das egal. Ja. Hahaha. Gekonnt. Nein! Äh. Hab schon, hab schon mal für dich ein Bonzes Sprache blöcke frei gemacht. Oh, das ist ja nett. Bitte. So ist es jetzt auch, wenn du nicht merkst es. Okay. Ah, ich will doch nicht gegen den gegenrennen, Mann. Nein! 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 Da mach ich immer alles nach. Na genau! Ja, genau! Jetzt haben wir ein Problem. Ja, genau. Jetzt. Nein! 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 Unsere Wege! Ich hätte einfach nur rennen müssen. Ich hätte einen Spiegel. Na ja, eigentlich gut für uns sehe ich gerade. Ja, ich hätte einen Spiegel. Jetzt ist es schwierig. Tricky, 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 tricky. Was ist das? Na ja, das wurde auf Blockaktiviertes. Du auch auf. Ja, das wurde auf. Oh nein, das ist es. Hm. Wo hast du es durch geschafft? Ja. Sieht aus, als ob ich es durchgeschafft hätte? Sieht aus, als ob ich es durchgeschafft hätte? Naja, ich habe es schon gerade persönlich nicht geschafft. Bist du rüber gesprungen? Ja, ich habe es rüber geschafft. Aber ich bin zu weit und bin an die Kreise hinbekommen. Ich weiß ungefähr, wo ich abspringen muss. Ja, genau so. Genau so bin ich auch. Genauso. Okay. Warum kommt der? Scheiße. What? Wo kommt der her? Wo kam der her? Keine Ahnung, der kam gerade auf mich zu. Was zur Hölle? Wie ist das Schöning? Mal ganz das gesamte Team Shell Level, aber ist in Ordnung. Ist klar. Hm, gerade kam die Shell mehr entgegen. Kannst natürlich schon springen. Jetzt haben wir noch eine Shell-Einststützung. Nein, ich! Ohohohohohoho. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Ja, ja, danke, danke, danke. Da falle ich echt in die Lücke noch, ey? Genau da in die Lücke bin ich gerade noch reingefallen. Alles klar. Wie soll ich das jetzt machen mit den Geistern? Inspiriert dich schon mal. Ja, ich inspiriere dich auch gleich. Zeig mir bitte Inspiration. Warum mache ich mal hier zu weit? Pff, bei den Geistern in der Höhe. Ja. Die Geister sind echt Asida an der Stelle. Ja. Der KM einfach mal dieser scheiß Panzer von irgendwas nichts. Ist das nicht mehr Spaß? Was? Das ist das nicht mehr an der Stelle. Herrlich. 40 seconds Speedy-Rannen. Mit Münzen. Wolle mach mal eine Austerung. Wollt ihr eine Bescheidee haben? Ja, und du kannst dich mal mehr bescheißen. Alter. Ach, ich muss ja weiterspringen, oder? Verdammt, wär jetzt der Schalter anders gewesen, hätte ich's geschafft. Ach, Mann, gib mir mehr Zeit. The Legend of Zelda, Gunbride of Time. Wurde nie veröffentlicht, aber jetzt endlich hier in Mario Maker Star. Das ist typisch. Hops. Müssen wir mal gucken, ich hab' schon noch nicht viel gespielt. Wir müssen die töten, ne, das weißt du. Ja, machen wir ein Teamkombination, äh, ja, Kombi. Okay. Ich hätte gerne meinen, danke. Kommt ihr auch? Ne. Ah, schade, 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 schade. Was? Oh, ne. Oh. Boah. Wären die Lex nicht, hätte ich das geschafft, denke ich mal, das Level. Da frage ich doch mal den White Moon, wie gut ist der denn japanisch? Das ist ja auch schlecht. Vielleicht eins wie guter. Ja, ich mach' einen zu kurzen Sprung. Oh Mann, ey. Alter, nur los. Was machst du denn, du? Ah, ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Das ist meine Chance, hier komm' ich durch, Leute, hier komm' ich durch. Das denke ich auch. Was? Ich spring' von Wand ab? Okay. Dann krieg' den Greifung. Oh, hör' aufzulecken. Ja, ist gerade der Esel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hey, ne, das ist schon mal am Anfang. Ach, was mach' ich denn da? Ich wollte grad fragen, was, ist da unten irgendwas? Ja, ich hab' irgendwas wungeln sehen, ich muss schon mal runtergucken. Ne, ich hab's eigentlich meine so mit Kanten. Oh, der ist fies. Der ist fies. Der Sprung. Der ist richtig fies. Weil ich mit dem überhaupt nicht gerechnet hatte. Ja, lustig halt schon rufen. Mann, ich muss das Level jetzt hier schaffen, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist alles, ich geh' aber von hinten nach oben jetzt beschissen. Ja. Und wenn die Lacks nicht wären, dann wär's noch einfacher. Ja, das wollen wir halt. Hm. Da schau' wir die scheiß, der scheiß Greifung machen, ich verfehle. So, und ihr müsst euch vorstellen, der White Moon, der macht normalerweise immer so ganz schwere Level. Ja, aber es ist faul viel Übung. Ja, das ist wirklich nicht schwer, ne. Aber... Versuch das wirklich mal mit so Legs. Legs? Das war schon gar klar. Mann, der ist ja weh gemacht nach oben. Was? Warum falle ich durch den durch? Ja. Danke, Hitbox. Ja. Ich spiele die Sack mal hin. Oh, Leck. Oh Gott, oh Gott. Was für'n Leck. Was für'n Leck. Echt jetzt? Spiel bitte Zeitüber. Okay. Geht komisch, es war. Ja. Ja, komm. Ah, es sieht nicht halt zu schwer aus, alles auf der Haut. Nö. Boah, mit diesen Legs, eh, und dann auch sehr schwierig, ey. Ja. Ah, ich wusste es nur Legs, aber vielleicht auch es auch schwer. Ja. Ja, der ist ja wirklich. Ich hab's ja schon geklappt. Aber ich hab's ja auch noch mal drauf. Ich hab's ja schon gegen die Sack. Hm. Wahrscheinlich. Ja. Ja, wie machst du es, wie du's machst, bei der Waffe. Ja, jetzt hab ich's endlich geschafft. ach du scheiße das wird nichts in der zeit das kannst du knicken deswegen jetzt alles alles auspacken was ich habe ich spiele noch sparflamme würde ich gerne wenn es keine lex gäbe die lex ist doch extra hausholen extra schwierig Scheiße. Boah. Ja, moin. Was? Was? Da explica ich noch mal alles, okay? Da muss man neulich noch für alle, ne? Ne. Ne, natürlich. Jetzt auch. Okay, dann, ähm, lass ich dir fordern. Dann ist vor. Ne, du brauchst Anlauf. Ach, die Shell muss mitnehmen, ne? Hm. Ja. Hm, was war das? Ja, das war schon Neustart für alle, weil es nicht geht. Weil, du musst die Shell mitnehmen. Also ich zeig's dir jetzt einmal ganz kurz, wie es geht. Komm, weg. Danke. Da sind zwei Münzen, die es markieren. Jump 1, Jump 2 und dann Shell Jump. Okay, alles klar, weiter komm ich näher. Ähm. Er schoß nur so hoch. Oh Gott, das sucht was. So, eine Möglichkeit gibt es jetzt nicht mehr, nein. Ne. Jetzt, jetzt, jetzt ist es kaputt. Du musst es machen, wenn du deine, ähm, Unbesiegbarkeits-Frames hast. Ach so, ja. Und nicht warten, bis die vorbei sind und dann losspringen. So, jetzt bin ich dran, komm. Sehr gut gemacht, Meister. So. Danke, danke. Gut. Ich wollte nur zeigen, du darfst nicht gegen ihn springen, sondern du musst wirklich auf ihn drauf springen, ja? Ja, das ist schon klar. Ja, nur dass du es weißt. Nur dass du es weißt. Ja. Ich krieg's nicht. Ist zu schwer, oben gegen die Decke zu springen, ja? Ja, ja, ja. Ja, wenn ich renter so gedrückt habe, dann tue ich meistens noch ein Beispiel. Ich wollte schon so aus, geschafft. Ne, 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 ne. Da, da kommt noch ein, äh, ja, ich sag jetzt mal Yoshi-Sprung, hier in dem Augenblick Schuh-Sprung. Ah verdammt. Scheiß, Leck. mit den lex ist es echt unmöglich ich krieg es ja so schon nicht hin und dann noch mit lex ich hab mir gedacht spring mal nicht zu weit läuft leute läuft ja das ganze musum noch mal ich schaffe die die willkring mit dem bahn zu haben wir auch an die Wand, und von Donners wieder abspringen. Das ist nicht meine Skills. Du wolltest sehr schwer haben. Ja, ich will. Bis jetzt war auch alles okay, aber das hier... Ich bin ja kein Freund von... Ich bin doch gleich sofort abgesprungen. Wollte mich auch schon. Kannst ruhig ein bisschen höher springen, das tut nicht weh. Ja, wollte ich ja. Aber okay, jetzt bin ich ja wieder ran. Ich kann ein bisschen meine Shelljumps trainieren. Ah! Ich möchte jedenfalls den Sprung hinbekommen. Mann! Sag ja schon mal besser aus als vorher. Du hast es jedenfalls mal geschafft, zweimal drauf zu springen, also von denen her. Fortschritt. Nur 7.30 genommen aber. Sieh's mal als Trainingseinheit. Ja, genau. Na! Schmutz. Können die Leute ja ganz vorspulen, dass was da jetzt wirklich uninteressant aussieht. An dem Shadow solltest du noch ein bisschen üben. Ja, Shadow ist nicht meins. Ich bin ja auch noch im Training, also von dem her. Spielst du wieder öfters Mario mehr als ich? Blöd ist es, erst wenn ich wiederbelebt bin, darf ich Neustart drücken? Ja, das ist blöd gemacht. Boah, Direx! Ja, genau. Hey Leute! Noch 94 Sekunden. Hey, 49 Sekunden reiner Spurs. Ah, der war zu niedrig. Schmutz, 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 Schmutz! Oh Mann, was finde ich das so verlext? Oh! Ah, schön! Habt ihr diesen Segler gesehen? Der war einfach göttlich. Ich spring drauf! Nein, doch nicht! Doch! Oder nein! Oder nein! Daneben! Aber hey, ich hab den Gumbrat mitgenommen. Das ist die Hauptsache. Was war das? Was war das? Was war das? Das war... Ach so. Das war... Den Gumbrat in den Rücken fallen lassen. Ah, hab ich schon mal gesehen. Das muss er aufs Ziel haben. Ah, bitteschön. Ja, und... Der letzte Sprung irgendwie... Ja. Training, Training, Training. Aber Ansatz ist schon mal da. Ansatz ist schon mal da. Das stimmt. Ach so, okay. Ach, ja, Mann. Hab ich schon erwähnt, dass er das so wollte? Was? Nein. Versuch's, ihn auf mich zu schieben. Naja, zum Glück hast du am Anfang der Folge ja gesagt, dass du es auch sehr schwierig möchtest. Ah, was? Ah, raussteigen, genau. Raussteigen. Ist ne gute Idee. Du weißt schon, dass ich das schneide? Ich weiß. Deswegen sag ich doch raussteigen. Raussteigen. Ein Zweigesprung irgendwie ist an der Merse hoch. Ich will es irgendwo um. Du brauchst doch nur die Taste gedrückt halten. Beim Zweigen, der will ne Merse hoch. Du musst doch nur gedrückt halten, die Taste. Du brauchst die doch gar nicht los. Ich lasse das irgendwo aus Institution los. Im Tweets. Gott sei Dank. Drei Sekunden noch. Wow. Wow. Nein! Ich dachte, du hast den Panzer vergessen. Ja, durch diesen Scheiß-Lag. Weil du versuchst ja dann einzuschätzen, wann du circa springen könntest. Aufgrund der Verzögerung. Und dann hat die Verzögerung aufgehört, zack, du springst und dann vorm Panzer. Hm, schön. Na geil, ja. So, jetzt ja auch, komm. Hä? Ja, aber diesmal hab ich einen Zweensprung hingekriegt. Ja, aber diesmal, dass sie verfehlt. Den ersten Sprung hab ich verfehlt, ja. Komm, das schaffst du jetzt in zwei Sekunden. Nein! Möchtest du es in den letzten drei Sekunden nochmal ausprobieren oder lass mal auslaufen? Lass mal so. Ich wollt grad sagen, es macht keinen Sinn. Hm. Nee, nee. Ich steh hier. Ja, bleib du ruhig da stehen. Ist kein Ding. Warum schiebst du mich beiseite? Hast du sie noch alle? Ach. Ah, geil. Das ist mal interessant. Nice. Nee, ich mach's sogar aufgeben. Ich mach's sogar aufgeben. Das bringt nix. Nee, das bringt gar nix. Aber gut, wenn du es schaffst, hast du jetzt eine Chance. Die letzten fünf Sekunden. Ja, genau. 30 Cheap Cheap zu besiegen. 30?! Okay, alles klar. Ich hab jetzt noch die Anzeige geguckt. Ich hab nix gemacht. Nee, du brauchst nicht. Nein! Oh fuck. Fuck! Fuck! Hä? Ach, das ist nie! Hey Trug. Hey Trug. Was? Ah, ist einfach. Mist. Ich wollte irgendein Ziel ran und hab gemerkt, das sind doch starbeste Scheiße. Ach, geschafft. Das ist ein kurzes Level. Ach, Mann. Ja, liebe Leute, so kann's kommen. Ich bin weiterhin ungeschlagen. Selbst wenn's mehr Glück war. Ich glaube, eine Runde später oder ein Versuch später für den White Moon und er hätte auch den Sprung geschafft, weil das war wirklich einfach nur Reaktion, die man da zeigen musste und auf der richtigen Höhe abspringen mit ein bisschen Speed. Ja, und ich glaube, er war auch kurz davor, also von dem her knapp, 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 aber hey, ihr habt mal wieder eine Stundenfolge, von dem her bedanke ich mich ganz herzlich bei White Moon und ja, wie gesagt, ungeschlagener Titelverteidiger. Mal gucken, wann der Mike Sitt wieder Zeit hat, dass wir da mal wieder aufnehmen können. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich bei dem White Moon und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro Haut rein. Tschö tschö. Tschö tschö. Tschö tschö. Bis zum nächsten Mal.